Herzlich Willkommen liebe Zuschauer, zurück zu unserer großen Bahrain-Herausforderung in Viktoria 3. Beim letzten Mal hatten wir das große Problem, dass ich die Häfen umgestellt habe, weil wir sie brauchen, weil wir jetzt alleine sind, weil wir jetzt versuchen irgendwie mit einem eigenen Markt zu überleben. Ob das klappen wird, ist noch eine andere Frage, aber ich finde die Herausforderung schon echt spannend und deswegen machen wir jetzt gerade sehr viel Minus. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, was wir ändern können. Wir haben ein Problem, die Streitkräfte sind unzufrieden, Minus 5 und das sorgt dafür, dass die Militärwarenkosten um 25% erhöht sind. Die Militärwaren kosten uns knapp 1000, das heißt sagen wir mal so knapp über 200 Pfund oder was auch immer jetzt die Währung ist, werden nur durch die unzufriedenen Streitkräfte verursacht, 200. Wenn ich also hier die niedrigeren Militärgehälter mache, anstatt die sehr niedrigen, kostet mich das 166 mehr, aber müsste mir eigentlich gleich was bringen. Ja, genau. Ein bisschen was. Ein bisschen was hat es gebracht, es ist nicht viel, aber die Streitkräfte sind jetzt nicht mehr völlig schwach. Das ist schon mal gut. Okay, das haben wir gemacht und ich habe mal geguckt, dadurch, dass wir die Häfen umgestellt haben, habe ich tatsächlich sehr viele verfügbare Konvois im Gegensatz zu den benötigten Konvois. Und so viel brauchen wir gar nicht. Dementsprechend werden wir jetzt knallhart Schließungen durchführen. Es tut mir eigentlich leid, dass wir jetzt sowas, was hier langsam aufgebaut wurde, wieder vernichten müssen, aber ich halte es für sinnvoll. Das wird uns leider auch Radikale bringen, aber wir müssen das jetzt machen. Einmal, zweimal und vermutlich auch noch ein drittes Mal. Ja. So, lassen wir mal kurz laufen. Unsere Infrastruktur 15 von 18 passt immer noch. Ja, wir haben leider jetzt einige Radikale dazu bekommen. Das ist nicht so schön. Und schauen wir nochmal kurz auf den Markt. Wir haben jetzt knapp noch 100 verfügbare Konvois, die wir nutzen können, was ja erstmal eine gute Sache ist. Unser Hauptproblem ist leider immer noch die Bürokratie, weil die gibt uns halt auch unfassbar viel Steuerverschwendung. Sprich, wir sollten wahrscheinlich dann doch noch eine Regierungsverwaltung mal bauen, auch wenn die teuer ist. Aber vielleicht kriegen wir die irgendwie trotzdem finanziert. Das wäre natürlich richtig gut. Wir haben ja mit den Briten schon den Handelsvertrag. Das dürfen wir nicht vergessen. Äh, welche Handelsrouten kosten uns denn alle so viel? Vom Osmanen, Italiener, Italiener, Ägypter. Ja, Osmanen und Ägypter. Das wäre super, wenn wir da Handelsverträge hinbekämen. Aber das scheint, wieso auch immer, nicht möglich zu sein. Wieso ist das der Fall? Das Osmanische Reich ist kein Juniormitglied in der Zollunion. What? Die Osmanen sind im italienischen Markt? Wie bitte? Okay, warte mal. Das heißt, wir brauchen dann mit Italien. Ah, okay. Wir beginnen mit Italien mal die Beziehungen zu verbessern. Die sind ja jetzt hier aktiv. Deswegen sind die aktiv. Verstehe. Die haben auch ein Bündnis mit den Osmanen. Und die sind in der Zollunion von denen. So, den Handelsvertrag wollen sie aber halt aktuell überhaupt nicht. Mal gucken, ob die Beziehungsverbesserung das ändern wird. So, wie sieht es bei den Ägyptern aus? Minus 22. Aber da haben wir, glaube ich, schon die bestmöglichsten Beziehungen auf einvernehmlich. Selbst die Verpflichtung würde ihnen nicht genug wert sein, um den Handelsvertrag mit uns zu schließen. Okay. Das heißt, das kriegen wir erstmal nicht in den Griff. Das Holz brauchen wir ja dringend. Und die Klipper eigentlich auch, weil die ja unsere Häfen auch so teuer gemacht haben, wenn ich mich nicht völlig täusche. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Boah, kann ich irgendwo noch was einsparen? Ich könnte Generäle und Admiräle entlassen. Das würde ein bisschen was sparen. Das war aber ein richtig guter Defensivstratege. Den will ich eigentlich ungern entlassen. Wie sieht es bei der Flotte aus? Ich glaube, flottentechnisch, der war nicht so gut. Ja, doch. Marinebefehlshaber. Der war leider auch sehr gut. Nee, da kann ich jetzt nicht drauf verzichten. Oder die will ich ungern hergeben. Ich will jetzt auch nicht unbedingt unsere Systeme hier, Bildungssystem und so, Gesundheitssystem, wieder abschaffen. Das haben wir teuer uns erkämpft. Nee, ich würde sagen, da müssen wir eine Regierungsverwaltung bauen. Und eventuell macht das jetzt hier am meisten Sinn, weil wir doch jetzt hier wahrscheinlich genau 14.000 Arbeitslose haben. Und hier oben eben nicht. Weil die Häfen hätten gar nicht so viele hervorheben dürfen, verbringen sollen. So, das heißt, wir bauen jetzt hier mal eine teure, teure Regierungsverwaltung. Mal gucken, wie viel... Wir sehen leider noch nicht, wie viel die uns kosten wird. Hängt davon ab, wie viel Papier wir auf dem Markt haben. Und wir produzieren ja keins. Dementsprechend wird uns Papier fehlen. Aktuell verbrauchen wir noch keins, aber wir müssen irgendwie an Papier kommen noch. Haben wir eine... Ah, nee, die Papierfabrik hatte ich mal ursprünglich geplant, aber das hat sich wieder erledigt gehabt. So, wenn wir so ein bisschen Minus machen, ist es nicht so schlimm. Dafür sind unsere Goldreserven stark genug. Das ist gerade so ein Hin und Her. Mit Plus und Minus. Finde ich, ähm... Das können wir erstmal noch so akzeptieren. Okay. Ich halte ihn halt aufgehört, die gegenseitigen Beziehungen zu verbessern. Das ist aber schade. Was, die sind jetzt vorsichtig geworden? Wieso? Italien, wir wollten noch nur gute Beziehungen. Wieso seid ihr jetzt vorsichtig gegenüber uns? Mensch. Ja, das ist natürlich sehr ungünstig. Das ist natürlich sehr ungünstig. Na gut. Ähm... Die Regierungsverwaltung packen wir mal relativ weit nach oben. Ich baue erst noch die Bleimine, bitte fertig. Sieben Wochen. Danach bauen wir die Regierungsverwaltung. Das wird leider auch super teuer werden, die zu bauen. Ähm... Tja. Und wie sieht's aus? Die Intellektuellen hassen uns halt. Minus 11. Beim Rest sieht's in Ordnung aus. Eigentlich nur die Intellektuellen sind das Problem und sind wütend. Was dazu sorgt, dass wir weniger Prestige haben, aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig für uns. Ähm... Muss man ehrlich sagen. Langfristig ist es natürlich wichtig, aber... Aktuell nicht. Mal gucken, ob wir die Nationalmilizen bekommen können. Und was bekommen wir hier? Das Wagnis. Das Oberhaupt der Intellektuellen hat offen die Vorteile gepredigt, die ein geheimes politisches Wagnis unserer Regierung bringen könnte. Auf die Frage nach Einzelheiten lächelt er nur zurückhaltend und weigert sich mehr zu sagen. Das hört sich sehr interessant an. Abt al-Karim Ibn Fuat hatte schon immer eine Vorliebe für Abenteuer und verdächtig große Hüte. Seine engsten Freunde scheinen diesen gefährlichen Eigenschaften keinerlei Beachtung zu schenken, doch einige angesehene Herren haben ihre Bedenken in einer leicht passiv-aggressiven Weise geäußert. Niemand würde je an einem ehrenwerten Bürger wie mir zweifeln, meinen sie nicht auch? Okay. Eine von zwei Optionen wird eintreten, löst das Ereignis, das war... Ah ja, okay. Wagnis Erfolg oder Wagnis Fehlschlag? Oder er verliert Verliebtheit? Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen... Wir sind mal ein bisschen riskant unterwegs. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, wir haben leider einen Rückschritt bei den Nationalministern. Und wir haben einen Erfolg! Eine dramatische Intrige in unserem Hauptsitz hat Früchte getragen. Da sie nun offenbart wurde, wird klar, dass das Komplott auch Risiken und Fehler hatte. Doch niemand kann bestreiten, dass es sich für die Intellektuellen sehr anständig ausgezahlt hat. Ich wusste schon immer, dass ich so groß und bestimmt bin. Meine Großmutter hat das immer sehr deutlich gesagt. Wenn sie doch nur noch da wäre, um es zu sehen. Aber wenigstens sieht es die Welt. Und besonders auch sie, mein teurer Freund. Ach, das war alles. Die Intellektuellen bekommen mehr politische Stärke. Ah, oder Bahrain bekommt mehr Autorität. Oh, Bürokratie wäre super gewesen. Die Nation wird den Lohn davontragen. Wir holen uns auf jeden Fall die extra Autorität. Das ist eine ganze Menge. Ähm, okay. Das ist eine ganze Menge Autorität. Die Frage ist, wie nutzen wir die? Nutzen wir die noch für eine Steuer? Das ist halt nicht viel Geld, was wir bekommen können. Vielleicht noch auf Kaffee. Und gleichzeitig ein Erlass vielleicht noch. Ähm. Welcher Erlass macht denn noch Sinn? Bildungskampagne könnten wir theoretisch machen. Weil die anderen beiden wichtigen haben wir ja schon, was die Landwirtschaft angeht. Wobei Landwirtschaftsdurchsatz ist tatsächlich die Frage. Also wir können ja so oder so. Ich mach jetzt mal noch die... Wie viele Einwohner haben wir eigentlich hier jeweils? Hier haben wir jetzt 226, 237. Also, ja, relativ gleich viele. Migration sinkt hier aber. Vielleicht können wir das ein bisschen durch die, ähm, hier Qualifikation und Bildungszugang erhöhen. Gleichzeitig ist tatsächlich die Frage... Gut, wir produzieren jetzt hier Kleidung. Hm. Ja, das lohnt sich alles noch nicht. Ne, wir bleiben mal auf den anderen dabei. Das ist in Ordnung. So, die Regierungsverwaltung wird gebaut. Das kostet jetzt natürlich ein bisschen, glaube ich... Wobei, ne, das stimmt. Das kostet ja gar kein Geld. Weil wir noch keine Bauindustrie an sich haben. Ähm. So, die Steuern wollte ich eigentlich noch nicht noch weiter erhöhen. Das würde halt doch einige Radikale nach sich ziehen. Vielleicht können wir das noch irgendwie anders wieder in den Griff bekommen. Regierungsgehälter will ich jetzt auch noch ungern weiter senken. Äh, wir können noch gucken, ob wir noch weitere Sachen mit den Briten handeln können. Weil das sollte ja machbar sein. Zum Beispiel fehlt uns ja Weizen. Aber auch da wieder nur die ganzen anderen. Aber nicht die Briten. Das hatte ich ja, glaube ich, beim letzten Mal auch schon mal durchgeguckt. Äh, Tuch. Müssten wir doch eigentlich mehr produzieren können. Wir haben eine eigene Tuchfabrik. Gibt da... Luxuskleidung. Die Briten. Das wird uns aber ein Minusgeschäft bringen. Fisch. Auch das wäre ein Minusgeschäft. Werkzeug ist ja eigentlich ganz solide. Ich glaube, da brauchen wir nichts importieren. Äh, der Rest ist so minimal. Das wird uns sich... Wird sich nicht lohnen. So. Können wir irgendwas exportieren zu den Briten? Ja. Hier, Dünger. Angeblich haben wir nicht so viele Convoys, aber... Ja, ich dachte, wir hatten... So viele Convoys. Oh, haben wir nicht. Wie ist denn das jetzt gekommen? Okay. Verdammt. Dann muss ich den wieder abbrechen. Schade eigentlich. Verfügbare Convoys. Okay, das heißt, wir haben aktuell knapp genügend. Verstehe. Ja gut. Der Rückgang der Häfen war natürlich eine teure Sache. Äh, gibt es irgendwas anderes, was ich exportieren könnte, was nicht ganz so teuer wäre? Nicht zu den Briten. 31 Convoys haben wir leider aktuell nicht zur Verfügung. Tuch. Will keiner von den Briten haben, leider. Fleisch in der kleinen Menge. Wir haben leider nur große Menge. Na gut. Dann geht das jetzt erstmal nicht. Müssen wir das so akzeptieren. Und wie sieht es mit der Regierungsverwaltung aus? Die dauert natürlich Ewigkeiten ohne eine Bauindustrie, eine ordentliche, bis die gebaut wird. Das ist klar. Und ja, wir können jetzt schon damit rechnen, dass wir Papier brauchen. Und Papier braucht wiederum Holz. Und Holz haben wir zu wenig. Und ich kann aber nicht noch mehr Holz einkaufen. Weil das würde uns natürlich wieder Bürokratie kosten. Das ist ein unschöner Kreislauf. Wir haben den Egalitarismus. Genau. Das genau, gibt uns jetzt bei den Gesetzen, glaube ich, ein paar neue Möglichkeiten. So, das bessere Verfahren bringt uns nichts, weil wir kein Stahlwerk haben. Militärisch ist auch nicht so wichtig. Wie sieht es denn hier aus? Maximale Rücklagen. Moderne Kanalisation. Infrastrukturverbindung durch die Bevölkerung. Das wäre gar nicht so schlecht, oder? Dadurch würde das ja verbessert werden, wenn ich das richtig sehe. Ne, wartet mal. Wir brauchen ja irgendwas mit Bürokratie. Das können wir hier noch bekommen. Irgendwo. Wartet mal. Äh, die Psychiatrie. Genau. Psychiatrie. Minus 5% Bürokratie. Ja gut. Bevölkerungskostenmodifikator. Wie teuer ist denn der? Wirklich? Da, 20. Da, 20. Oder ne, durch Pops. 18. Das heißt, wir würden uns 5% sparen. Das wäre ein Bürokratiepunkt. Also, das lohnt sich irgendwie gefühlt immer nicht. Das ist zu weit entfernt. Da bringt man, bekommt man mal mehr Autorität, aber an, an, anders an Bürokratie kommt man leider nicht heran, nicht wahr? Hm, Zentralarchive. Wobei, schaltet das standardisierte Ablagesystem für Regierungsverwaltungen frei? Ja, es würde aber, glaube ich, mehr Papier kosten, was erstmal eh schwierig ist. Machen wir mal die moderne Kanalisation. Bringen wir die dort in unser Land. Das ist immer so ein Wechsel zwischen bisschen Plus und bisschen Minus aktuell. Gucken wir mal, ob wir das eine Zeit lang halten können. Wir haben eine unproduktive Handelsroute. Ja gut, aber ich brauche ja das Holz. Oder habe ich eine, warte mal, das ist 20 Holz, habe ich vielleicht eine produktivere aktuell? Eine produktivere, um an 20 Holz zu kommen. Ich habe eine aus Persien, aber nur 16 anstatt 20 Holz. Aber die macht, glaube ich, mehr Sinn. Deswegen würde ich jetzt die von Oman einmal aufkündigen, weil sie unproduktiv ist. So. Es fehlt aber immer noch 16 Holz. Die könnten wir von den Ägypten bekommen, aber das kostet uns halt auch gleich wieder Bürokratie. Ich hoffe, dass das jetzt erstmal so irgendwie... läuft einigermaßen. So, bevölkerungstechnisch geht es halt hier leider bergab. Besser mal verfahren, wie gesagt, bringt uns nichts. Wir warten auf die Regierungsverwaltung. Wie sieht es denn in den Minen aus, die wir gebaut haben, in der Bleimine? Eigentlich ganz solide. Werkzeug ist leider sehr teuer, aber Blei bringt uns doch auch positiven Salto. Ja, jetzt ist er wieder negativ, der Salto. Lass mich mal kurz gucken. Na gut, Nitroglycerin können wir vergessen. Mehr können wir eh nicht machen. Ja, ungünstig. Aber für irgendwas habe ich doch den... Für irgendwas habe ich doch das Blei gebraucht, richtig? Für irgendwas... Hatte ich das schon veranlasst? Lass mich mal überlegen. Dafür brauchen wir Färbemittel. Die haben wir nicht. Wo war denn das, dass man Blei noch gebraucht hatte? Glashütte, oder? Da bin ich schon dabei. Genau. Gucken wir mal kurz die Glashütte an. Die läuft gut. Die Sache ist die genau. Wir haben hier nicht genügend Beschäftigte. Dementsprechend brauchen wir wieder nicht so viel Blei. Minus 20 Glas plus 25 Porzellan. Wir haben zu wenig Glas. Das kann ich nicht machen. Okay, die Industriellen wissen gerade glaube ich nicht, was sie wollen. Kann das sein? Plus 5. Intellektuelle minus 7. Das wird ein bisschen besser. Wow, 0% Nationalmilizen. Und es gibt mal wieder ein Duell. Charismatisch, meisterlicher Politprofi, Bandit. Ah, das ist unser Admiral. Tja. Aber der war halt echt gut. Den will ich eigentlich nicht verlieren. Ich werde sie aufhalten. Die werden jetzt halt alle ein bisschen gehasst. Aber das ist nicht ganz so schlimm. So, eigene Protestbedingungen hat sich aufgelöst. Ja, das mit den Nationalmilizen scheint eher schwieriger zu sein als besser. So, teure Militärwaren ist bekannt. In Jemen gibt es mal wieder niedrigen Marktzugriff. Ja, ein Hafen würde das verbessern. Aber jetzt... Okay, woher machen wir auf einmal so viel Geld? Gelddruck. Ist die Einkommenssteuer wieder da? Hatten wir die verloren gehabt? War das die, dass die so lange weg war? Kann das sein? Dass die jetzt wieder da ist? Ich glaube schon. So, unser König, der Hakim, greift ins politische Geschehen ein. Das ist schon mal sehr gut. Das wird leider die Streitkräfte und den Intellektuellen gar nicht gefallen, aber wir brauchen den Fortschritt, würde ich sagen, oder? Vor fünf Jahren wird das jetzt wieder deutlich kritisch. Aber so ist das. So, wie schaut's aus? Die Regierungsverhaltung ist gebaut worden. Ähm. Wie teuer ist die denn jetzt? Die Regierungsverhaltung hier. Boah. Minus tausend kostet die uns? Dann kostet die aber gerade aktuell kein Papier, oder was? Das hier würde jetzt Papier kosten. Aber wir würden auch Bürokratie noch bekommen oder sparen können. Die Aktenschränke. Machen wir das doch mal. Ja. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Oder war das jetzt wirklich nur der Bau dieser, äh... Sache? Das könnte sein. Wie viele Arbeitslose haben wir denn jetzt hier noch? Keine? Wirklich? Naja. Und hier oben nur 48. Gut. Das Problem mit den Arbeitslosen haben wir erstmal dann erledigt. Das ist gut. Jetzt sammeln wir erstmal wieder unser Geld an, würde ich sagen. Beziehungsweise wenn wir so viel Geld haben, können wir mal auf diese ganzen Verbrauchssteuern auch verzichten. Wobei einige davon schon echt gutes Geld bringen. Aber wir könnten natürlich hier sagen, dass ich irgendwas wieder erhöhe. Ich muss ja jetzt nicht die ganze Zeit Prestige verlieren vielleicht. Ja. Und wir machen immer noch Plus. So soll's sein. Dann nutzen wir natürlich auch direkt noch die Autorität für noch Erlasse. Ich denke... Hatte ich hier nicht die... Ah doch, die habe ich hier, genau. Soziale Durchlässigkeit. Die machen wir jetzt hier oben auch noch. Und damit die Gebäude hier schneller gebaut werden, baue ich hier auch noch... Nehme ich auch den Straßenerhalt hier noch mit dazu. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt was bringt, wenn man keine Bauindustrie hat. Ja doch, drei Wochen. Das ging gerade drei Wochen schneller. Das ist gut. Sehr schön. So, Beziehungen mit Italien sind herzlich. Wie sieht's aus? Handelsvertrag. Oh, ne. Keine Chance. Keine Chance auf den Handelsvertrag. Auch Ägypten. Keine Chance. Auch bei Mosmanen können wir wieder nicht der Zollunion beitreten. Handelsverträge geht eben nicht. So, Briten müssen wir immer mal wieder überprüfen. Minus 49. Die wollen partout nicht, dass wir ihrer Zollunion beitreten. Immerhin haben wir den Handelsvertrag. Genau, wir haben ja die Verpflichtung mit dem Handelsvertrag dann erkauft. Was eine gute Sache war grundsätzlich. Da wir jetzt wieder Geld verdienen, Freunde, brauchen wir eh größere Häfen. Und unsere Infrastruktur, übrigens, das ändern wir mal wieder. Unsere Infrastruktur ist hier eh knapp in Bahrain. Deswegen, ich weiß, ich bin irre, ich baue jetzt den Hafen wieder aus. So. Wir haben eine Wahl gehabt. 85,9% für die Konservativen, 14 nur für die Liberalen. Natürlich nicht der Weg der Zukunft, den wir hier haben wollen. Aber wir haben immer noch eine hohe Legitimität. Und da möchten sich noch mehr den Liberalen anschließen. Landbewohner und Streitkräfte. Wow. Das nenne ich mal eine riesige Regierung hier wieder. Aus zwei Parteien. Einverstanden. Einverstanden. Und wir haben mittlerweile auch... Gut, wir haben zwei negative Sachen. Streitkräfte sind wieder mal unzufrieden. Das erhöht die Kosten. Aber das Problem löse ich direkt. Zack. Indem ich hier auch wieder das auf Normal setze. Ja, die Steuern zu senken kann ich leider vergessen. Geldtechnisch. Wobei, wir haben jetzt fast wieder die Goldreserven erreicht. Die Frage ist, will ich lieber die Verbrauchsteuer wegnehmen. Aber für was soll ich sonst die Autorität nutzen? Ich würde fast sagen, wir werden die hohen Steuersätze einfach senken. Und dadurch den Nebenstandard erhöhen. In der Hoffnung... Ähm... Dass wieder mehr Leute kommen zu uns. Genau. Fischereianleger und Schiffswerft bauen wir jetzt noch. Die Klipper-Routen sind aktuell unproduktiv. Dann beenden wir die doch mal. Das bringt uns ja auch wieder mehr Bürokratie. Das ist in der Hinsicht auch gut. Ja, das sind die Klipper aber doch wieder teure Regierungswaren. Ah, okay. Ein paar mehr bräuchte ich. Aber wir bauen ja bald selbst Klipper. Ich werde mehr Holz benötigen. Das können wir schon mal angehen, das Thema. Uiuiui. 22 Holz fehlt mittlerweile. 17 kriege ich noch von den Ägyptern. Holen wir uns das. Was ist das Problem? Dass wir selbst kein Holz produzieren können. Eine inspirierende und fesselnde Rede der Landbewohner für die Nationalmilizen. Ja, es wird auch mal Zeit, dass die endlich eingeführt werden. Ähm... Machen wir das so. Plus 15% Erfolgschance. Jetzt haben wir fast 50-50 Chance. Was ist hier los? Der... Vertragsromanischer Proletarier. Aufstand kann sich jetzt in einem Diplomatiespiel beteiligen. Aha. Was sind die? Ach, die haben hier schon wieder so einen Aufstand gemacht. Oder ist das immer noch? Nee. Ein neuer Diplomatiespiel. Sehr interessant. Warte mal. Das wird uns angezeigt, weil es in unserer Region ist. Aber wir haben damit ja nichts zu schaffen. Genau, wir sind unentschlossen. Okay. Äh... Der Vertragsmann. Würde uns jetzt auch, glaube ich, nichts bringen, auf der Seite der Briten zu kämpfen, oder? Da müssten sie mir eher ein Angebot machen. Deswegen lassen wir das mal. Wir haben immer noch unser Ziel nudged. Die sind mittlerweile echt schwach. Die Frage ist... Tja, werden sich... Werden sich andere da einmischen? Oh, ich habe auch mittlerweile keinen Armeebefehlshaber mehr. Theoretisch kann ich bis zu vier Wehrpflichtige bekommen. Dann hätten wir sechs Truppen, gegen deren drei. Aber die Frage ist halt, mischt sich Ägypten ein oder nicht? Hier, die sind zu stark, würde ich behaupten, für uns. Und man muss auch sagen, unser Militär ist halt leider echt nicht up to date. Und das könnten wir uns jetzt auch gar nicht... Doch, ist es sogar. Warte mal, wieso habe ich denn die Kosten nicht gesenkt gehabt, während wir die Finanzkrise hatten? Ha. Da hätte ich noch was sparen können. Bei der Berufsarmee und zwar einiges. Aber gut, wenn es jetzt hier noch so sind... Klar, das... Ja gut, die Mangelware wird aber wahrscheinlich Probleme machen, schätze ich mal, oder? Das Papier könnten wir noch... Oh, von den Briten sogar einkaufen. Perfekt, dann mache ich das gleich. Ähm. Uns fehlen Dienstleistungen, die kann ich nicht einkaufen. Von den Briten. Kleidung. Gerne. 57 Weizen. Wieso kriege ich keinen billigen Weizen irgendwo her? Wir versuchen ja selbst wieder mehr Weizen zu produzieren. Uns fehlt Blei, aber wir haben eine Bleimine, die muss halt nur bearbeitet werden. So, das Problem ist, wir brauchen halt nur so zwei Artillerie. Das lohnt sich halt nirgendwo groß zu importieren. Das könnte ich trotzdem im Kriegsfall einfach mal machen. Dass wir es haben. Äh. Hier von den Briten kann ich aber dafür Waffen importieren. Ich weiß, mir fehlen die Konvois. Ich hoffe, dass die dann bald kommen. Äh. Habe ich jetzt hier nicht das Weizen, die Weizenfelder schon ausgebaut? Hand der Werkzeuge. Na, das lassen wir mal lieber. Okay. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal ausbauen. Sehr sinnvoll. Und die Frage ist, wollen wir hier oben irgendwas ausbauen? Wohnt sich da irgendwas? Haben wir überhaupt eine Lebensmittelfabrik? Wir haben gar keine Lebensmittelfabrik, nicht wahr? Dann sollten wir vermutlich letztendlich mal eine Lebensmittelfabrik bauen. Ja. Bauen wir mal eine Lebensmittelfabrik hier oben noch. Wir haben ja hier nach wie vor keine, keine großen Arbeitslosen, alles klar. Gut. Weil, ich könnte wirklich überlegen, vielleicht in der nächsten Folge, ob ich nochmal gegen Nudge vorgehe. Wir haben jetzt überall, so gut es geht, Beziehungen verbessert. Haben ja auch schon lange Zeit keinerlei Verrufenheit mehr. Vielleicht halten sich die restlichen raus und ich könnte mir wenigstens mal Nudge holen, um unsere Gebiete zu verbinden. Ob das ein sinnvoller Move ist, muss ich noch zeigen. Was haben wir hier noch zuletzt? Die Meinungsverschiedenheiten zwischen Glaube und Intellektuelle sorgt natürlich mal wieder für Probleme. Oh, die Gläubigen geben uns einen Bonus. Wartet mal, was ist das für ein Bonus? Und zwar gleich den höheren... Oh, eine höhere Geburtenrate, okay. Die Intellektuellen sind auf jeden Fall bei minus 6. Tja, senkt halt weiter unser Prestige. Ich würde behaupten, wobei wir könnten uns die Autorität auch einfach mal sparen. Nee. Von mir aus können die Intellektuellen nochmal ein bisschen... ...drunter leiden, das ist schon in Ordnung. Grundbesitzer sind leider wieder mächtig geworden. Das ist ja natürlich nicht so toll. Aber gut. Ich glaube, wir haben das Land wieder ganz gut stabilisiert. Ja, das BIP ist langfristig einigermaßen gewachsen, nachdem es einen kleinen Einbruch gab. Unser Lebensstandard ist auch überraschend gut geworden, obwohl wir unseren eigenen Markt haben. Ich bin echt positiv. Wir machen Plus. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Mal schauen, ob wir uns jetzt in der nächsten Folge wieder den nächsten Schritt wagen können mit Nudged. Das sehen wir dann dort, wenn ihr auch andere Projekte sehen wollt. Schaut doch auch gerne mal rein in mein Texas-Projekt oder mein Spiel mit Schottland. Das alles und mehr, wie auch Tutorial-Videos findet ihr auf meinem YouTube-Kanal. Lasst also gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Würde mich freuen. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst ein Like da, wie ich das Ganze wieder in den Griff bekommen habe. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin schon auch mega gespannt, wie ihr es sicherlich auch. Euer Gaius Julius Cäsar.